Wir haben safe die Meisterschnecke. Es kann niemand anderes mehr Schnecke haben. Ja klar. Wir müssen einfach nur durchhalten. Ja, du kennst mich. Ich kann nicht nur PvP. Na PvP kannst du nicht auch, weil die immer zum richtigen Zeitpunkt gehört sind. Hast du Internetprobleme? Nein. Du leckst. Ja. Leck ich? Nicht wirklich. Der erste zwischen den Navi-Transformers. Jetzt bist du weg. Lul. Achtung, Anlage, ne? Ja. Ja, gibt's schon mal was. Achtung, ich probier's wieder. Was? Spectator! Redwood Brücke! Wir sind jetzt hier. immer das bm auf geld mit absicht aufgelassen wenn die jetzt durch waren lach ich oder oder sero wir ziehen sero durch ich wäre jetzt dafür bewaffnet und auf dem weg aber wir haben nichts dafür außer du wirst mit der steinbar ist noch anfangen du kommst doch jetzt alles dann haben wir nicht wir haben kein metall von der innen die fortschrecken kann man schon menschen machen gar nichts und daher würde ich jetzt hier bleiben jetzt schon wieder einen ganzen tag ein gewolltes tormann die fans ein hat versucht wirklich hart anzugreifen dann habe ich das locker über vier fünfhundert schuss drin wenn man nicht eine kopf aus wir brauchen ein englisches rino egal welches level hauptsache ist ein reno mail egal war dann gucke ich noch mal männlich 80 sein was so lange sei verteilt aber dauert zu lange weil ich bin doch am abhang hier hast du tipps doch dabei also ein zehner oder sogar tausend mal besser weil wir haben schon die guten females das weiblich fünf der brauchte dreiviertel stunde oder so und werden das war eine session um das nächste session mit dem zeit nicht mehr im kopf dass ich kann man die baby ist von etwa alle übrigens katze sushi abgebumst die google ach du hast ging so die falsche team jetzt weiß ich was er meinte der heißt king sushi nee da ist king sushi ups ist aber auch ein geiler name ich frag ihn mal wenn man ändern will männlich level 10 jo perfekt ok teleporter aber ich musste teleporter wieder mitnehmen das ist gar nicht das benannt ein horn wirklich es hat ein horn wunderschöns von dennoch endlich bin ich bin so ja moin ich habe mich jetzt hier so angeblich getroffen ähm du topo da ist es fünf wird reichern kilo ich habe gerade 2 80er gelegt 1 mail an 7 ok ich bin zweiter zum see aber kommt bald wieder durch die linus genau naja ich mache hier perle ja kriegen wir das ding irgendwie wieder der teleporter ist doch ich wollte eine ahnung wo man wohl hier ich wollte eine fisch platziert haben doch am strand oder so wenn er an der wand also einfach hier richtung wasserverlangen du siehst nicht gleich also ist mit meinem egalus steht beim port und ich hoffe dass du aber auch ist noch ein mammut ob perle im wasser kommt 130 mammut wir haben die bieber ja aber mammut ist zum beispiel ich hab dir lieber noch vorne gelassen das erste dino wo sterbt wir können das mammut benutzen zum tragen von dem metall um ein kilo weißt du dann nimmt wenn man metall fahren geht nimmt man das sofort da haben wir das bei der revival auch gemacht ist hier auf deren seite überhaupt perle weiß ich doch nicht ja ja ich sie ich sie ich sie ich habe noch nicht mal mein kaffee getrunken wir schon wegrennen oder wer es äh prissy ja moin auch mammut ist wirklich gut leg dich einfach hin sei instantanen ich bin glück hier ein bisschen leg dich komm her ich habe ein grabes tier verzähl ich dazu werde ich oder warum rettchen mit den dinos was ist alles klar weiß ich es klappt jedes mal weißt du die nur akubin die du lebt ich glaubt alles die du machst du kannst du sagen rino mach öli kaputt ich hätte portmüssen mit namens wasser da muss los das kino was zehnmal fressen also zimmer bären nächstes session eindeutig mal anfang kibbel herzustellen ein paar eier haben wir ja schon mal ja für garter habe ich gesorgt razer schad eilige bist du mammut muss nur 50 bären essen alles fein morgen bin ich fertig wie hier sind die was ist so da ist so der mitte bodyguards basilosaurus ja das problem dass wir brauchen kein tool so von deuerster uses kannst du gut benutzen und wenn du so tun willst oder alle die noch so sicher die perle alle weg davon bin auf dem rückwerk ich muss heute teleporter ins wasser leer nein doch ich kann mir noch rinos die kann nicht schwimmen unter wasser das denn am strand hier kann übelst gut vor allem weil wenig und co erst mal übers wasser müssen hat das ist eigentlich der übelst gute baseboot darf schon nicht bauen warum drei ist nicht in gekreist also deswegen war das doch so fragezeichen mit tragen herz kommt schon ah level 20 will heulen der mann vor kommt oder mail bitte sagt mir das mammut da unten das himmel in der welt zucht ja moin es gibt noch eine mammut armee nächste session wird die base um einiges größer was dinos angeht darauf erst mal ein stück kürzer marik weg Ich bin mir gerade noch mehr. Oh, man muss das nicht so machen. und so dass man wie was ich gerade erzählt hätte ich meine türe aus 1900 ich dachte du schenkst mir 1.900 Euro Base wird angegriffen War nicht überzeugend Ich hab grad in TryBlock geschaut Schade Schade Ich hab ne Sekunde davor wirklich in TryBlock geschaut Weil ich nie mit dem Paar ausgeschoben hab Ich wollte es krieren Schade Sagst du nicht wir werden angegriffen Aber komm einfach TryBlock Oder auch die Dinos wird gesnipet Erklärerhinweis wollte ich ja geben Achtung Alter Stress nicht so Alles gut Das ist Hast du du hinten in dem großen Ah ja hast du kein Tor trinken Wenn du zurückkommst Muss ich mal gucken Die Holzgates neben dem großen ohne Tür Sind die Holzgates dunkler wie das aussieht Ich hab jetzt echt gedenkt Oh wär doch was gesprengt Wenn ich schon wieder anfange Holzgates zu sprengen Dann heule ich irgendwann echt Warum das ist das was am meisten der Hoppe zu finden ist So wir haben jetzt mal wieder Mail Gino Impy Werte nicht umbringen Schreib dran Impy stehe hier losse Deshalb Wir hatten die Perlekohle Und wie viel Hier ist das Hier und aber kein Metal Uh die beiden Anki sind fertig Ne, erst eins Schade Sollte das andere aber auch gleich Jede Sekunde fertig sein So viele Perlen Ehre das gefällt mir am meisten wenn er das so richtig so so geil wenn er das alles macht du ich hab die savers vergessen und direkt im tp wow level 112 ja moin und das mail das ist schlecht er will er drei bilden ist wo ist denn der wo ist denn der jota 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 easy flack eine rinus welchen hier ist noch ein zähler baby nein guck er schnurk das war ganz so durch gewesen das war safe weiblich wir können reden sprechen wenn du bock hast machen wir unser einziges mail auf paar ne das nicht hat die schlechten stadt wo ist das mit den guten wo ist mein reno mit den guten stets hallo das ist gerippt ich habe viel mehr mit gut ist das habe ich gesagt deswegen ist es nur halb so schlimm dass es mail gestorben ist weil ich habe die perfekte ja ach dann gehe ich ja wohl mal dicks holen ankylana benennen sie auch so scheiße ah nein aus dem trash scheiß der perfekte name für unser tribe noch rausgefischt ankylana du vom bär auch schützt wer getamed vom bär 2 jetzt wird er jetzt auch tot ich gehe heulen ich gehe einfach heulen naja das wurde gerade die dinge da wurde die rinus gerade getamed das ist 35 dreißer einmal in disco geht deutsch oder gar nicht ich glaube er das war für in zwei und hat aber verklickt weil da fällt der komplette kontext bei der wahl ich bin meine bieber nebenbeißen bei der wahl ich habe unser kieles wollten einfach nicht ankylana heißen jetzt zugeziehtbürger und beide was wie helfen wir ne moment ach du hast du auch so ein geiler name für unsere bären ne hier auf schon rennen sie von der clip runter so so haupt die namen so welche namen Für die Bären. Achso. So, dann haben wir eins. Wir haben jetzt Gummigummi. Dummigummi. Ne, Tommigummi. Dann haben wir Sunny- oder Sunny-Gummi. Sunny, ja. Grammy-Gummi und Lady Bane. Ist die nicht ein Bösewicht? Hast du es nicht vorne aufgelassen? Ja, kann sein. Ja, es gibt nicht so viele Gummibären-Namen hier auf Google. Waren ja auch nicht viel. Die haben nie viel gebraucht. Da waren ja noch Bösewichte. Menschen. Menschen. In Gregor. Raven. Sir Thornberry. Ich hab ne Idee. So. Da ist noch Megaloceros. Da ist auch ein viel mehr Megaloceros. Dich nehm ich Sassette. Und, äh. Und, äh. Und, äh. der T-Rex weiß Gargamel. Da läuft noch eine Katz rum. Weiblich. Ja. 112. Hihihihi. So. Dich nenn ich Mario. Dich nenn ich Mario. Dich nenn ich Flip. Ja. Habe ich früher am meisten gemacht. Dich nenn ich. Dich nenn ich. Dich nenn ich. Dich nenn ich. Dich nenn ich mir nicht mehr.